Bühne frei, diese Sängerin performte Liebeslieder bei Rote Rosen. Lüneburg, namhafte Besucher der beliebten Daily Soap zur ersten Retros. Kassandra Stin, 43, Pop- und RB-Sängerin, hat im Hotel Drei Könige in Lüneburg eingecheckt. Wir können Fans Gastauftritte für vier Folgen in der ARD sehen. Ab dem 14. es bestätigt ist. Sängerin Kassandra Stin verkörpert seit vier Episoden die Rolle der UN-Botschafterin für Artenvielfalt und ist damit zu Gast im Hotel Drei Könige. Amélie, gespielt von Lara Isabel Lenteng, 36, arrangierte natürlich ein Konzert mit der Sängerin im Hotel. Sie ist besonders in Simon, Torre Luthier, 30, verknallt. Denn sein Queen of Hearts, Jelay, Ideal Knell, 31, ist ein großer Fan dieses Künstlers. Drei war überrascht, als sie erfuhr, dass es ihr gelungen war, zwei Tickets zu ergattern. Aber es war zu früh für sie, sich zu freuen. Oma Seider, Reynan Demilken, 67, gibt ihr versehentlich eine Karte. Seider Kassandra bittet ihre Enkelin eigentlich nur um ein Autogramm, um ihre Fehler wieder gut zu machen. Aber am Ende wird es sehr romantisch. Kassandra Stin gibt ein Privatkonzert für die Leon Simon im Kupak und spielt Elite Datu Dream.